Sein Sohn Willi sieht den Attentäter Tobias R., wie der in der Innenstadt seine ersten Opfer ermordet. Dieser Rassismus, dieser antimuslimische Hass. Viele Zeugen berichten davon, dass sie unter der Notrufnummer niemanden erreichen. Auch nicht, als Tobias R., nachdem er Willi Paun getötet hat, weiter mordet in der Arena Bar. Kommt mit einer Schusswunde im Hals, der Junge hat ein Loch im Hals. Anrufdokumentationen zeigen, dass zu der Tatzeit insgesamt nur fünf Anrufe bei der 110 registriert werden. Und genau diese guten Menschen hat es getroffen. Als draußen die ersten Schüsse fielen, hätten sie darüber fliehen können. Aber er war verschlossen, sagt Zeititris. Ihm und seinen Freunden blieb so nur der Weg nach hinten in die Bar eine Falle. Denn hier gab es keine Deckung. Verlässt er die Bar, ein Polizist kommt ihnen entgegen. Und das Erste, was der Polizist sagt, ist, hast du einen Ausweis für mich. Alles wäre normalerweise nach Stand der Technik seit, ich bin fast geneigt zu sagen, seit Jahrzehnten eigentlich Standard. Was sagt der leitende Polizeibeamte? Hier fährt keiner los, bis die Situation geklärt ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind hier wieder bei einer Folge Erzähl mal mit dem bekannten Gesicht. Und wir waren hier heute schon unterwegs. Wir haben dich, oder beziehungsweise ich habe dich heute beim Bahnhof abgeholt. Und da wurdest du schon erkannt. Aber ich glaube nicht, jeder weiß, wer du bist. Und wenn er dich nicht kennt, dann sollte er dich vielleicht spätestens nach diesem Interview kennenlernen. Weil deine Geschichte ist einzigartig. Und wenn sie noch nicht Anklang gefunden haben sollte, dann sollte sie das jetzt tun. Und der Jahrestag nähert sich. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Und deswegen würde ich dich gerne bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst. Wer du bist, woher du kommst und warum man dich kennen sollte. Assalamu alaikum salam. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Bilal. Gebürtig Peter Minneman. Ich komme aus Hanau und bin auch Überlebender des rassistischen Terroranschlags von Hanau am 19. Februar 2020. Ich glaube, viele haben davon mitbekommen, dass in Hanau etwas passiert ist. Aber vielleicht kannst du nochmal so die Eckdaten erwähnen, damit diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, damit sie das vielleicht so ein bisschen nochmal nachvollziehen können. Weil du hast in sehr vielen Interviews, das kann man auch nachgucken, hast du schon darüber gesprochen. Deswegen würde ich das nicht so ausführlich machen. Aber vielleicht so die wichtigsten Sachen, und da sind sehr viele wichtige Sachen natürlich, also von Anfang bis Ende. Aber vielleicht kannst du die Sachen aufarbeiten, die für dich eine sehr besondere und markante Rolle haben. Ja, also wie gesagt, das war ja auch ganz breit in den Medien. Am 19. Februar 2020 ist ein Rassist bei uns in Hanau durch die Straßen gezogen und hat neun Menschen getötet. Darunter viele meiner engen Freunde und Brüder. Und ja, das war natürlich eine sehr schlimme Nacht. In dieser Nacht haben wir viele Erfahrungen, viele Enttäuschungen erleiden müssen, davor wie auch danach. Und ja, es fing damit an, dass der Täter in der Hanauer Innenstadt zwei Menschen erschossen hat. Und danach weiter in den Stadtteil Hanau-Kölstadt gefahren ist, um dann weitere sechs Menschen zu töten. Und ja, das hat er dann auch geschafft. Und wie gesagt, haben wir danach viel, viel zu kämpfen gehabt im Nachhinein. Wir kämpfen bis heute für Aufklärung, für Gerechtigkeit. Und wir merken das wieder auf große Wände stoßen, ja. Was ist in dieser Nacht so das Markante gewesen, warum du zum Beispiel auch gesagt hast, weil danach hat sich ja etwas in deinem Leben verändert. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen. Ja, Alhamdulillah, ich bin zwei Tage nach diesem Anschlag zum Islam konvertiert. Das war eine Sache für mich, wo ich gar nicht lange dran überlegen musste oder gar nicht lange dran zweifeln musste. Das hat sich nämlich so zugetragen. Ich war schon immer ein Typ, der sich viel über Gott und die Welt unterhält, auch mit anderen Gläubigen und so weiter. Und ich habe auch immer nach Antworten und so gesucht. Und subhanallah, ich war den Freitag davor, dieser Tag, dieser 19. das war ein Mittwoch. Und ich war den Freitag davor und auch ein, zwei Freitage schon davor mit meinem Bruder Mohammed, der auch diesen Tag in der Bar war und auch verletzt wurde, war ich beim Jumma-Gebet, beim Freitagsgebet. Und der hat gemeint, komm doch mal mit, guck dir das an. Und ich bin da mitgegangen, habe auch mitgemacht, ohne noch wirklich Muslim gewesen zu sein. Und dann ist diese Tat passiert. Man muss sich vorstellen, von diesem kompletten Raum, wo wir drin waren, war ich der Einzige, den er nicht getroffen hat. Es war auch nicht so, dass ich irgendwie in einer anderen Ecke stand oder so, sondern wir waren schon alle auf einem Haufen und subhanallah, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, das kann kein Zufall sein. Mohammed wurde ja in die Schulter getroffen, ne? Genau, er wurde in die Schulter getroffen. Er lag, glaube ich, unter dir, ne? Ja. Und wer lag auf dir? Da lag ja auch noch jemand. Ja, das war ein großes Getümmel. Wir lagen alle so über uns gestapelt, kann man so sagen, auf einem Haufen. Wir hatten uns alle hinter die Bar, hinter den Tresen geworfen. Und subhanallah, wie gesagt, jeder wird getroffen. Mohammed in die Schulter, die Kugel ist kurz vor seiner Wirbelsäule stecken geblieben. Said Edris, der Bruder des Verstorbenen, Said Nasser, hatte eine Kugel, die ist durch seinen Hals in seinem Kiefer stecken geblieben und noch zwei Stück durch die Schulter. Er konnte auch seinen Mund nicht spüren, ne? Er konnte seinen Mund nicht spüren, seine Zunge ist taub geworden. Also wir hatten auch an diesem Tag natürlich viel zu kämpfen, weil auch seine Lage war sehr kritisch. Und ja, subhanallah, ich hab mir gedacht, das kann nicht sein. In diesem Moment, wo dann diese Schüsse aufgehört haben, weil ich hab ja nichts gespürt, ich wurde ja nicht getroffen. Ja. Hab ich gesagt, okay, bin ich tot oder was ist jetzt los? Und dann hab ich einmal tief durchgeatmet, hab mich abgetast, hab gemerkt, dass ich gar nichts hab. Dann hab ich Momo gefragt, geht's dir gut? Er meinte, ja, mir geht's gut. Er wusste zwar, dass er getroffen wurde, ich weiß nicht, ja, wollt's mir vielleicht nicht sagen. Und dann hab ich Idris gesehen, wie er schon seinen Hals hält und man hat auch schon Blut gesehen. Er meinte, ich wurde getroffen. Subhanallah. Und das war dann für mich so ein Moment, wo ich gesagt hab, krass so, wie ist das möglich? Das ist kein Zufall. Subhanallah. Genauso wenig, wie es ein Zufall war, dass dieser Typ genau bei uns da in die Bar reingerannt ist, weil ich glaub ehrlich gesagt nicht mehr an Zufälle. Ja. Und ja, das war so geschrieben. Alhamdulillah, zwei Tage später bin ich dann direkt konvertiert mit einer sehr sicheren Absicht, dass diese Religion die richtige ist. Und Alhamdulillah, ich muss auch sagen, bis heute ist das auch der Grund, warum ich jetzt hier so sitzen kann und darüber reden kann, weil man hat uns, es hat zwar gedauert, aber man hat uns psychologische Hilfe und alles angeboten. Und ich sag ganz ehrlich, davon hilfst nichts. Die musstest du dir auch selber suchen, ne? Genau. Das hast du in einem Interview auch gesagt, dass, also, was ich so aus dieser ganzen Tatnacht mitbekommen habe, ist, dass viele Instanzen, Institutionen, Behörden, Polizei in vielerlei Hinsicht einfach euch vernachlässigt haben oder euch nicht ernst genommen haben. Also, die Geschichte davor, wenn ich daran denke, ne, wir hatten auch darüber gesprochen, dass drei Jahre davor, dass Tobias Rathchen, der Attentäter, der Islamhasser, der er da selber war, aus dieser Familie, die auch kommt, dessen Vater immer noch auf freiem Fuß ist, der auch ein Islamhasser ist ohne Ende und ein Rassist ist und ein, ja, wie man es auch nennen möchte, der auch genau die gleichen geisteskranken Züge hat wie sein Sohn, immer noch draußen ist mit seinem Hund. Aber dass drei Jahre vor der, vor der Attentatsnacht, er ja bei euch im Jutz, also im Jugendzentrum, äh, war er ja hinter einem Gebusch mit einer geladenen Waffe. Und was ist da nochmal passiert? Was war das Markante, woran du dich da erinnerst? Also, wieder in dem Geiste, wir wurden vernachlässigt. Ich meine, wir in Hanau, wir haben so mit der Polizei, ich denke, das ist auch in, ich weiß nicht, bestimmt in ganz Deutschland, aber bei uns in Hessen und vor allem in Hanau, denke ich, ist auch nochmal vielleicht ein bisschen härter, dieses Problem mit der Polizei und den migrantischen Jugendlichen. Es gab Zeiten in Hanau, da wurde ich persönlich zum Beispiel bis zu viermal am Tag kontrolliert, auf öffentlichen Wegen, auf öffentlichen Straßen, also, wo mich jeder auch sieht, dass ich kontrolliert werde, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe. Was denkst du, womit hat das zu tun? Also, wie kommt man gerade auf dich? Wegen deiner Statur, wegen deinen Schuhen, die passen nicht, woher hast du das Geld her? Oder wegen deiner teuren Jacke? Womit hat das zu tun? Was denkst du, warum halten die dich an? Also, es gab Zeiten in Hanau, äh, wo es viele Schlägereien gab, ja, es kam auch, äh, mit der Flüchtlingswelle, es gab auch viel Spaltung und so in der Stadt, aber man hat einfach wahllos Ausländer kontrolliert. Das war so, so der schwer liegende Punkt dabei. Also, wir haben selber als Jugendliche gemerkt, es geht hier gar nicht so sehr um diese Schlägereien, es war eher so ein Vorwand. Vorwand, ne? Genau. Und, äh, es war so, dass nicht nur die Gruppen, die in diese Schlägerei verwickelt wurden, waren, kontrolliert wurden, sondern wirklich willkürlich jeder, der denen halt nicht irgendwie ins Bild passt, der potenziell für die ein Täter wäre. Und wir wissen alle, äh, wie der potenzielle Täter bei der Polizei aussieht. Sag's mal, wie sieht er aus? Schwarze Haare, braune Augen, dunkler Teint, also, das ist ja auch kein Geheimnis. Wer, 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 wer sagt, das wäre nicht so, äh, der, der schaut weg. Ganz klar. Du sagst also, die Polizei hat schon vorher eigentlich nicht nur durchgelassen, den, 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 den Islamhass, den Rassismus, den, dieses Fremde, einfach nicht zur Gesellschaft zugehörig sein, hat er nicht nur zugelassen, sondern sogar gefördert. Und das ist drei, drei Jahre vor dem Attentat. Dann gab's nochmal die Aktion mit, äh, er war hinter der, hinter dem Busch mit einer geladenen Waffe. Und da hat die Polizei wie reagiert? Wen hat er die Schuld irgendwie zustellen wollen? Also, das war auch bei uns im Jutz, also am Jutz in Kessestadt, man muss sich vorstellen, der Täter wohnte damals, beziehungsweise sein Vater wohnt bis heute, lass es 100 Meter sein vom Jugendzentrum. Und es war so gewesen, dass dort Jugend, ich selber war nicht dabei, aber ich kenne die Geschichte auch schon vor dem Anschlag, also es ist jetzt nicht so, dass es nicht bekannt war, dass da ein Mann in Tarnkleidung und mit einem Sturmgewehr sich in einem Gebüsch versteckt hat und die Jugendlichen, äh, so beobachtet hat. Und dann hat einer ihn angesprochen, meinte, was machst du da? Und er meinte, ja, äh, in zehn Minuten ist hier der Platz geräumt, ansonsten gibt's Tote. Ansonsten gibt's Tote, hat er gesagt. So, ja, so kam, also so nach Wortlaut, so hab ich das mitbekommen. Ich war jetzt nicht persönlich da, aber es war auf jeden Fall eine Bedrohung, die da, äh, ausgesprochen wurde. Ja, wie war die Reaktion? Ich mein, die Jugendlichen bei uns in Kessestadt, die lassen sich eigentlich nicht einfach so einschüchtern. Ja. Das sind, äh, Leute mit, ähm, viel Mut. So, aber das war schon sehr bedrohlich und die haben schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben die Polizei angerufen. Die Polizei ist dann gekommen, der Täter ist geflüchtet, der war nicht mehr da und dann, äh, ging es darum, wer denn den Notruf geweht hat. Damit dann, äh, auf diese Person eine Rechnung geschrieben werden kann. Unglaublich, oder? Also, da sind, und die Jugendlichen, die dort sind, sind die, würdest du sagen, überwiegend Migranten gewesen? Auf jeden Fall. Überwiegend Migranten, ja? Auf jeden Fall. Das heißt, da sind, das ist schon eigentlich, wenn du jetzt so gucken würdest, auf dem Zeitstrahl, dann geht eigentlich die Richtung steil nach oben in, etwas passiert hier irgendwann richtig groß. Also, mit Tod drohen, äh, gezielt auf Migranten, Kinder oder Jugendliche und, äh, die Polizei supportet das. Auch da hätte sie ja sagen können, ey, dieser Verrückte, er hatte eine Waffe, wir müssen das kontrollieren, wir müssen dem nachgehen. Ich meine, wenn man, wie gesagt, der Täter wohnt 100 Meter von diesem Jugendlichen Zentrum entfernt, wenn man wirklich da hinter, hinter dieser Sache hergegangen wäre, dann hätte man einfach mal abgefragt, wer im Umkreis von 500 Metern Waffenschein besitzt und man wäre sofort auf den Täter vom 19. Februar gekommen. Würdest du sagen, das wäre eine Sache gewesen, wie man dieses Attentat verhindern hätte können? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich denke, dass, dass, wenn die Meldung eingeht, äh, dass da jemand mit einer Waffe rumläuft, ja? Egal, ob er eine Waffenbesitzkarte hat oder nicht und Jugendliche mit dem Tod bedroht, dass diesen diese Waffe entzogen werden müssen, das ist doch ganz klar. Das musst du ernst nehmen. Das muss man ernst nehmen. Wenn es um Sicherheit geht, musst du das gewährleisten. Vor allem in einem Land wie Deutschland, weil, äh, Deutschland hat jetzt auch nicht die sauberste Vorgeschichte, sagen wir es mal so. Ja. Und, ähm, ich meine, wenn wir auch auf andere Attentäter schauen, die meisten dieser Täter waren in Schützenvereinen. Ja. Absolut, er auch. Ja, genau, er auch. Und das ist so eine Sache, ich habe auch später mit Leuten gesprochen, die aktiv im Schützenverein sind und die meinten, die Leute bereiten sich auf den Tag X vor. Ja, was ist denn der Tag X? Was soll denn das heißen? Ein, so wie ich das verstehe, ein Tag, wo jeder, der in einem Schützenverein ist, irgendwann auf die Straße geht und es gibt ein, ein... Ja, ein Bürgerkrieg oder was auch immer. Aber die Vorstellung ist ja, dann fragt man sich, was ist das Feindbild? Ja. Für mich als, äh, schlüssige Folge wäre Feindbild von jemandem, von einem Deutschen, von einem Bierdeutschen, der in den Schützenverein geht, wäre das Feindbild, vor allem, wenn wir jetzt nach der Flüchtlingswelle 2014, 2015... Wie redet haben? Wären das Migranten, Flüchtlinge, Migranten, Muslime. Ja, nur Muslime, oder? Ja. Also die Migranten, die 2014, 15, 16 gekommen sind, sind ja Syrer, Iraker. Richtig. Ja, wenn du willst, sind da Bosnier drin, wenn du willst, sind da noch Bulgaren drin, wo da auch Muslime sind, aber überwiegend 80, 90 Prozent, wir reden von Muslimen. Ja. Meine Frage ist auch, okay, 2014, 15, 16, also vorwiegend 15, 16 sind die Flüchtlinge gekommen, was aber denkst du, war der Hauptgrund dafür, dass Tobias sich entschieden hat, auf Muslime jagt zu gehen? Und nicht auf, lass mich lügen, auf denjenigen, der klaut oder denjenigen, der den Sozialstaat ausnutzt oder derjenige, der ungerecht gegenüber den älteren Bürgern ist und dass sie jetzt Pfandflaschen sammeln oder derjenige, der sonst irgendwas gemacht hat. Warum hat Tobias diejenigen ausgesucht, die muslimischen Glaubens sind? Was denkst du, woher kommt dieser Hass? Also ich denke, das ist in einem hierzulande eigentlich klipp und klar, viele wollen es nicht einsehen, aber es sind einfach schlicht und untergreifend die Medien, ja, Medien wie die Bild-Zeitung, aber auch öffentlich-rechtliche Medien, die immer wieder gegen Muslime hetzen, vor allem seit dieser Flüchtlingswelle, ja. Ich meine, wenn ein Terrorakt von einem Muslim vollübt wird, dann ist immer gleich der Islam der Schuldige, nicht der Mensch, der es getan hat. Absolut, 100 Prozent. Und wenn wir reflektieren oder spiegeln auf, jetzt zum Beispiel, wie es in dem Fall war, ein Christ oder ein Deutscher, der sowas macht, dann ist es immer die einzelne Person gewesen, die irgendwie psychisch krank war. Wenn du so sprichst, erinnert mich das an eine Sache, jetzt im Vergleich zu Hanau ist es weniger schwerwiegend, aber auch keine schöne Tat. Zum Beispiel die Kölner Silvesternacht, das waren ja, heißt es, nachher wurden die Klagen auch zurückgezogen, ich glaube 30 Prozent damals, aber das ist eine andere Geschichte, da ging es ja darum, dass Muslime etwas getan haben und noch heute wird darüber gesprochen. Ja, also fast nahezu, jedes Jahr zu Silvester, nahezu, immer wenn etwas Größeres, wo muslimische Männer mit Frauen irgendwie in Kontakt kommen, kommt dieser Punkt auf. Du siehst, die Medien reden oft und viel darüber, aber jetzt haben wir zwei Jahre Hanau, hast du das Gefühl, dass die Verarbeitung öffentlich, jetzt unabhängig davon, dass sie die geistigen Brandstifter sind, dass die Medien, wie du gesagt hast, mit ihrer Bildzeitung, die Phrasen, die sie, oder die Titelblätter, um ihre Zeitung zu verkaufen, machen sie auf unseren Nacken, ja, auf den Nacken der Muslime, weil es verkauft sich einfach gut, der und der Attentäter, der und der hätte was machen können, aber die Polizei war vorher da, hier und hier, aber das wird ja jeden Tag, wöchentlich wird darüber gesprochen, ja, und in einem Ausmaß, dass, man sagt ja, die Statistik sagt, dass seit drei Jahren jährlich 900 Übergriffe auf Muslime und muslimische Moscheen stattfinden. Das heißt, im Tag sind das zwei bis drei. Also die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen das, was in den Medien passiert und was dann nachher auf der Straße passiert, wie siehst du den? Also, ich finde, ich meine, wir haben es jetzt letztens gesehen, wie da vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Ort das war, wurde mit einem Luftgewehr auf eine Moschee in Halle, genau in Halle, sogar noch in Halle. In Halle, davor noch, ja. Wenn wir uns mal überlegen, was auch Halle für eine Geschichte hat, ja, wurde mit einem Luftgewehr auf eine Moschee geschossen und man hat davon gar nichts in den Medien gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Hätte ich nicht Brüder, die mir das geschickt hätten, ich wüsste das gar nicht. Ich auch nicht. Hätte ich nicht irgendwie auf Instagram Leute, würde ich nicht auf Instagram Leuten folgen, die sich für Muslime stark machen oder die auch promuslimischen Journalismus betreiben, weil sowas gibt es in den öffentlichen Medien nicht, promuslimische Berichterstattung. Absolut. Habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Hätten die das nicht gemacht, da hätte ich davon auch nichts mitbekommen. Stattdessen, wie gesagt, wenn allein nur ein Verdacht besteht, dass ein Muslim irgendeine Gewalttat vollbringen könnte, dann wird das gleich so hingestellt, als ob die Tat schon vollendet wäre und es schon 100 Tote gäbe. Ja. Und es wird wochenlang, monatelang darüber gesprochen. Richtig. Jetzt, du bist, ich habe dich nicht so gut, also wir kennen das noch nicht so lange, aber ich habe dich als sehr empathischen Menschen mitgenommen. Was denkst du, weil du hast ja auch eine Hälfte von dir ist ja auch deutsch, ja, was denkst du, wenn jetzt der Deutsche das jeden Tag liest, ne, und wochenlang liest und jetzt seit 2015 eigentlich liest, negative Nachrichten über Muslime? Was passiert wohl in ihm? Also, ich würde das sogar nicht mal so personalisieren, sondern ich denke, das passiert sogar unbewusst, dass dieser Mensch natürlich den Muslim in ein gewisses Feindbild stellt. Das passiert unbewusst, er muss das nicht mehr wollen. Ja. Es wird vorhin aufgearbeitet. Genau, und das ist das so Gefährliche daran, ja, Leute, die vielleicht vom Anfang an nicht mal diese Absicht hatten, gegen Muslime zu hetzen, etwas gegen Muslime zu haben, dem wird das jeden Tag, jede Woche wird dem das in ihr Gehirn eingetrichtert, dass es am Endeffekt zu solchen Taten, wie bei uns in Hanau kommt. Ich meine, der Täter von Hanau, er war ein Einzelgänger, er sagt es selber. Ja. Er hat gar keinen Kontakt zu Muslimen gehabt. Er hat keinen Kontakt zu Muslimen gehabt, er hat keinen Kontakt, vielleicht war er in der Schule, vielleicht mit ein, zwei Muslims, ja. Ja, mit denen hat er auch nicht viel zu tun gehabt, also er kann gar nicht wissen, wie ein Muslim tickt oder wie ein Muslim denkt. Warum hasst er den Muslimen dann? Das ist Resultat der Medienhetze. Das Resultat der Medienhetze. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und es sind auch nicht nur die Medien, es ist auch die Politik, es sind Politiker, ich meine, damals gab es einen Bundeskanzler, der meinte, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, Präsident. Bundespräsident. Bundespräsident, ich glaube, ein, zwei Wochen später musste er zurücktreten. Ja. Das muss man sich erstmal geben, das muss man erstmal realisieren, zu einem Deutschland, für ein Deutschland, das von sich selber behauptet, wir sind offen für alles. Man nennt es auch Schilly-Doktrin, also das, was Otto Schilly einmal im Bundestag gesagt hat, was quasi die Richtung vorgibt. Er meinte nämlich, Assimilation ist die beste Integration. Das heißt, nur wenn du eigentlich deutsch bist und deutsch lebst und alles, was mit dem Nicht-Deutschsein zu tun hat, vergisst, dann bist du integriert. Subhanallah. Und guck mal, das muss man sich erstmal jetzt auf der Zunge zergehen lassen, was du gerade gesagt hast. An was erinnert das? Ich weiß es, aber sag es den Zuhörern. Woran erinnert dich das? Also mich erinnert es an die Jahre 1939 bis 1945. Wo ist da der Unterschied? Ja. Und der Unterschied ist es, dass es so hart, wie es jetzt klingt, ja, das muss man aber sagen, dass es diesmal nicht die Juden sind, sondern die Muslime. Ja. Und es wird immer, und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, wird ein Staat oder gewisse Personengruppen einen Schuldigen für ihre eigenen Probleme suchen. Ein Sündenbock. Und heute, in der heutigen Zeit sind es die Muslime. Es macht es einfach. Genau. Es macht es einfach. Ja. Und das ist die traurige Realität. Das heißt also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ja, Politik fährt einen Film, Medien fahren einen Film, der absolut auf Islamhast aufgebaut ist. Dieser Islamhast baut sich sogar so auf, dass in Hanau die Polizei ihre Arbeit nicht richtig macht. Einfach aufgrund des Framings, wenn man so möchte. Also, dass sie indoktriniert werden mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Informationen, so, dass sie sogar bei Jugendlichen, bei Leuten, die, wenn du so möchtest, nichts dafür können, einfach ein Auge wegdrücken und sogar den Schuld geben. Dass das so weit mündet, dass das so weit mündet, dass irgendwann ein Anschlag passiert und selbst bei der Anschlagsnacht, ja, haben sie gar kein Herz für dich gehabt. Erzähl doch mal, was der Polizist zu dir meinte, was du machen sollst, nachdem du überlebt hast. Also, du hast gesehen, wie Mohammed angeschossen wurde. Du hast gesehen, wie neun Mitmenschen ermordet wurden. Du hast diese ganzen Sachen verarbeiten müssen. Du bist durcheinander, du bist traumatisiert. Es tut alles weh, es ist alles frisch. Du hast noch gar nicht alles verarbeiten können. Und das Einzige, was du siehst, ist jetzt ein Polizist. Und er kommt nicht mal in diese Bar rein. Er steht davor und sagt, ich will nicht reinkommen. Was, hat er Angst? Hat er Frust auf dich? Warum kommt er nicht rein? Dann redest du mit denen und was ist danach passiert? Also, danach, also, es sind mehrere, mehrere solche Punkte in dieser Tat noch passiert, wo man einen, einen, ja, schon ins Gehirn eingedrechterten Ausländerfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit sehen kann. Die erste Situation ist, dass die Polizei kommt zum Tatort und die Bar nicht betritt. Sie betritt die Bar nicht? Nein, sie bleiben in den Autos, sie parken auf der Straße, die Bar ist noch ungefähr 50 Meter von den Autos entfernt und sie gucken sich das Ganze an. Mein persönlicher Gedanke ist, dass sie sich dachten, ach, das sind die Kanacken untereinander, lasst die mal sich über den Haufen knallen und dann gehen wir dahin und machen den Trick sauber. Das war das Erste. Das Zweite ist, der Idris kommt mit einer Schusswunde im Hals, der Junge hat ein Loch im Hals, verlässt da die Bar, ein Polizist kommt ihm entgegen. Und das Erste, was der Polizist sagt, ist, hast du einen Ausweis für mich? Mir fehlen die Worte. Also ich denke, wenn ein Torsten vor ihm gestanden hätte mit einer Schusswunde im Hals, er hätte ihn mit Sicherheit nicht nach dem Ausweis gefragt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich stehe in die Worte, ich bin in den Tränen, das ist unglaublich. Also mein Bruder Idris steht vor einem Polizisten mit einem Loch im Hals und das, was ihm einfällt, ist einfach nur zu sagen, wo ist dein Ausweis? Ja. Und dann merkt man, wie tief das drin ist. Und ich sage ja, das war eine Kurzschlussreaktion von dem Polizisten. Ich will nicht sagen, dass er das extra gemacht hat, um Gottes Willen, das würde ich auch niemals glauben. Aber das verdeutlicht, wie hart dieser Rassismus, dieser antimuslimische Hass in diesen Köpfen ist. Unbewusst. Wir hatten es vorhin gesagt, es ist unbewusst in deren Köpfe eingetrichtert worden, sodass die Kurzschlussreaktion eines ausgebildeten Polizeibeamten, der für genau solche Situationen dort ist, um den Leuten zu helfen, dass eine Reaktion ist, dein Ausweis. Und es war nicht das Einzige. Es gibt viele weitere Punkte. Ich kann mich erinnern, ich kam vom Krankenwagen raus. Der Krankenwagen wollte mich nicht mitnehmen, wegen versicherungstechnischen Gründen irgendwas. Der Mohamed, sie haben ihn ins Krankenhaus. Ja, genau. Ich war mit Mohamed im Krankenwagen. Man muss sich vorstellen, Mohamed selber meinte auch, der muss mit, der muss mit. Ich wollte auch auf jeden Fall mitfahren. Und der Sanitäter meinte, nein, das geht nicht. Aus versicherungstechnischen Gründen. Noch eine Situation. Der Idris liegt in Lebensgefahr im Krankenwagen, dort auf einer Liege vor dem Kurt-Schumacher-Platz. Der Krankenwagen sagt, wir müssen losfahren. Wir haben keine Zeit. Der Junge stirbt uns gleich weg. Was sagt der leitende Polizeibeamte? Hier fährt keiner los, bis die Situation geklärt ist. Hier fährt keiner los, bis die Situation geklärt ist. Und der Sanitäter sagt, wir müssen los, ins nächste Krankenhaus. Diese Leute, die an diesem Tag gestorben sind, das waren einer der besten Menschen, die ich in meinem Leben je kenne. Ich sage selber, von mir selber, wenn diesen Tag jemand hätte sterben sollen in dieser Bar, dann waren es mit Sicherheit nicht diese Leute. Dann hätte es andere treffen sollen. Da hätte es vielleicht sogar die treffen sollen, die heute hier sind und für diese Menschen reden. Aber diese Leute, die haben niemandem was schlecht gemacht. Hamza Kurtovic, sein erstes Ausbildungsgehalt, er hat gespendet. Ein Jugendlicher fängt seine Ausbildung an, er denkt sich, geil, ich habe mein erstes Gehalt, ich kaufe mir jetzt schöne Klamotten. Nein, der Junge hat gesagt, ich will das spenden, ja. Und hinterher kriegen wir immer noch diesen Hass eingebrichtet, kriegen wir immer noch diese Kälte vom Staat, von der Polizei, von der Politik. Wir werden zu Tätern gemacht. Die Familie von Mercedes Kirpatsch. Die Familie von Mercedes Kirpatsch, ihm wurden in dieser Nacht von SEK-Beamten Maschinenpistolen an den Kopf gehalten. Das ist unglaublich. Eltern haben ihre Kinder gesucht, dort vor Ort, man hat ihnen keine Antwort gegeben. Hamza Kurtovic, sein Vater, kommt, sagt, wo ist mein Sohn? Ich habe überall meinen Sohn gesucht. Wo ist mein Sohn? Die haben sogar seine Leiche gespendet. Er hat gesagt, mein Sohn hat blonde Haare, blaue Augen, bitte gehen Sie rein und gucken, ob da jemand ist. Der Polizeibeamte geht rein und sagt, nein, hier ist so jemand. Ist er nicht sogar bei dem Video übereingestiegen? Das war verrat und unwahr. Das muss man sich auch geben. Die Sanitäter gehen rein. 45 Minuten danach hat man überhaupt geguckt, ob der Junge noch lebt. Und sein Todeszeitpunkt ist, glaube ich, nach 0 Uhr, wenn wir uns überlegen, dass diese Tat um 22 Uhr stattgefunden hat. Wir haben die nicht interessiert. Wir waren wie Dreck für die. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich bin davon fast überzeugt. Die haben gedacht, das sind die Kanacken unter sich. Lass die machen. Und auch das kommt von den Medien. Bandenkriminalität. Die Araber. Die Araber-Clans. 100 Prozent. Jetzt reden die über Araber-Clans. Absolut. Die Bild, oder nee, die Spiegel ist das. Spiegel TV. Jede Woche kommt so ein Ding raus. Und da geht es nur darum, Scharia und wir haben Scharia-Gesetze und deswegen würde ich meine Frau schlagen. Diese Leute wissen nicht mal, wie die Scharia funktioniert. Sie wissen, sie kennen sich nicht ein bisschen darüber aus. Aber es macht einfach, es macht etwas her. Deswegen hat die Spiegel auch Klicks. Es sind nur die Klicks, die sie machen wollen. Die Zuschauer, die sie auf ihre Seite ziehen wollen. Und worauf machen sie das? Auf die Kosten von uns. Muslimen. Ja. Anders Aussehenden. Anders, von woanders Stammenden. Ja. Im Endeffekt sind wir die Opfer. Immer. 100 Prozent. Immer. Immer. In diesem Land werden wir auch immer die Opfer bleiben. Wenn ich mir jetzt darüber so Gedanken mache, was du auch erzählt hast, wer eigentlich die Opfer waren. Würdest du sagen, es könnte heute jeden Ausländer treffen, wenn du darüber nachdenkst? Das ist so eine schwierige Frage, sage ich ganz ehrlich. Also es gab die Situation, wir haben einen türkischen Stammigen, einen Türken bei uns in Hanau. Ein älterer Mann mit blonden Haaren, blauen Augen ähnlich. Und der Täter stand auch vor ihm, hat die Pistole auf seine Brust gerichtet. Gott sei Dank hat dieser Mann, Alhamdulillah, hat dieser Mann nicht seinen Mund aufgemacht, sonst hat er gehört, er ist Türken und er hat da abgedrückt. Genauso wenig, wie ich denke, dass er jetzt, so wie es ist, dass er jetzt vielleicht, keine Ahnung, auf den Chinesen geschossen hätte. Ich glaube es nicht, ja. Die Chinesen, die kommen hierher, die arbeiten, die machen Geld, die bringen alles voran, so nach deren Vorstellungen. Ja. Ja, habt ihr denn vergessen, von wo eure ganze Mathematik kommt? Habt ihr vergessen, von wo euer ganzes Wissen kommt? Von uns? Alles, was die eigentlich kennen. Motoren, die Kameras, alles. Es kann natürlich jeden treffen. Wie gesagt, es hat ja auch nicht nur Muslime getroffen. Es hat größtenteils Muslime getroffen und ich denke auch, dass das auf jeden Fall seine Zielscheibe war. Auch Leute, die aussehen wie Muslime. Genau, es könnte auch Leute treffen, die aussehen wie Muslime, beziehungsweise die einfach nicht aussehen wie Deutsche. Wobei ich auch sagen würde, dass er einen Polen, typischer Pole, blaue Augen, gut gebaut, weiße Haut, ich glaube auch nicht, dass er ihn erschossen hätte. Niemals. Weißt du, was heftig ist? Deutschland gibt es, glaube ich, seit 1948 und wir sind seit 1961 hier, die Migranten. Subhanallah, Subhanallah. Es sind 13 Jahre Unterschied. Und noch heute, noch heute, weil Ramadan ist bald wieder vor der Tür, weiß ich schon, was sie mich wieder fragen werden. Auch kein Trinken. Und dabei waren sie es, die uns hier hingeholt haben. Ja, fünfmal am Tag, echt? Das schaffst du auch? Verstehst du, was ich meine? Also jeden Tag zwei muslimische Übergriffe passieren. Erst vor kurzem war es wieder dieses 17-jährige Mädchen, was krankenhausreif geschlagen wurde, wo keiner der Passanten geholfen hat. Erst vor kurzem, wie du gesagt hast, in Halle ging jemand mit einem Luftschussgewehr in eine Moschee. Oder hat, glaube ich, aus seinem Fenster geschossen, aber direkt auf die Moschee. Erst vor kurzem, erst vor kurzem, aber es hört ja gar nicht auf. Im Gegenteil, die Statistik sagt, es wird immer mehr. Und solange sich in der Politik und in ihrer Sprache nichts ändert und auch in den Medien sich nichts verändert, was ja eigentlich nur der Arm der Politik ist, deswegen sagt man ja auch vierte Gewalt. Solange sich der Film, den die deutsche Regierung gegenüber uns schiebt, nicht ändert, wird das nur Hanau 1.0 sein und irgendwann gibt es Hanau 2.0, 3.0, 4.0. Dann bist das aber nicht du gewesen, der diese heftige Tat erlebt hat, mit diesen heftigen Sachen, die du gerade erzählt hast, sondern das bin ich, meine Mutter, meine Schwester, du, deine Schwester, deine Mutter, dein Vater. Weil die Statistik zeigt auch, diejenigen mit Hijab, sie erfahren das am meisten. Weil bei ihnen siehst du, dass sie anders sind, dass sie anders denken. Alhamdulillah, dass du anders denkst. Alhamdulillah, schüchter dich nicht ein durch seine Tat. Aber es soll jedem, der von heute an dieses Video gesehen hat und dich sieht und das, was da passiert ist, er soll darüber nachdenken, dass er vielleicht der Nächste ist. Weil solange sich etwas hier nicht verändert, wird sich nichts ändern. Warum auch? Amen, du sagst es. Okay, dann, Bilal, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Barak laufheek, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Ich habe jede Minute mit dir genossen. Möge Allah dir Cennat und Ferdows geben, Bruder. Möge uns dort zu Nachbarn machen, Inshallah. Auch der Bruder Jibril ist heute da gewesen mit dir. Auch ein sehr lieber Bruder. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Interview mit ihm. Inshallah. Weil er war auch derjenige, vielleicht so. Er war derjenige, der an diesem Tag, wo der Täter von Hanau mit dem Sturmgewehr drei Jahre vorher am Jutz war, war er derjenige, der auch da unter diesen Jungs war und ihn gesehen hat und mit ihm gesprochen hat. Also er ist sogar ein Zeitzeuge dessen, wer das überhaupt war. Wenn dann die Polizei immer noch sagen würde, wir wissen nicht, wer das war. Jibril hat es gesehen. Okay, Jazak ala khayr, achi. Möge Allah dich belohnen. Vielleicht treffen wir uns zu einer anderen Zeit, zu einem anderen Thema. Mit Sicherheit. Das würde mich sehr freuen. Und ja, Jazak ala khayr, dass ihr alle zugeschaltet habt. Und auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt, erzähl mal Botschaft des Islam. Jazak ala khayr. Assalamu alaikum. Alaikumussalam.